Hallo liebe Campingfreunde, das nachfolgende Video beinhaltet unsere persönliche Meinung aufgrund von persönlichen Erfahrungsberichten. Dies spiegelt nicht die Allgemeinheit wider, sondern rein unsere persönlichen Erlebnisse. So, von mir natürlich auch nochmal ein Hallo. Wir sind jetzt nicht so mit der besten Laune, aber ich würde sagen, das erzählt der Marcel jetzt einfach mal. Genau, ihr habt es im Intro wahrscheinlich gelesen, deshalb schaut ihr wahrscheinlich dieses Video. Also, es ist jetzt das passiert, was wir eigentlich nicht für möglich gehalten haben. Einziges Positives, ja, unser Malibu ist da. Der Schwarze ist tatsächlich angekommen, aber mit gleich drei Hiobsbotschaften. Und das einfach mal kurz hinzusetzen, damit ihr es Bescheid wisst. Wir haben einen wunderbaren Fahrzeug bestellt mit Dieselheizung, Kompressor-Kühlschrank, mit dem normalen Flexbad, mit... Nicht mit dem Flexbad, mit dem normalen Bad. Mit dem normalen Bad. Ist das nicht... Das wollen wir auf keinen Fall haben. Auf jeden Fall Neunganggetriebe, dann Heavy-Fahrwerk und, jetzt muss ich gerade überlegen, wunderbares Polster, Cairo zum Beispiel. Und, 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 Assistenzsysteme, und, und, und. Tja, und was soll man sagen? Keine Truma 6D-E, also keine Dieselheizung. Wir haben nicht mal ein... Dieses Chassis, nicht mal dieses 4-Tonnen-Chassis, also diese Auflastung. Ja, und das Polster ist auch das Falsche. Da fragt man sich doch echt, wie kann sowas passieren? Wir sind richtig sauer. Und, ich glaube, so ein bisschen zur Geschichte kann Stefan erzählen, bevor ich dann auf weitere Details eingehe. Zu dem aktuellen Zeitpunkt gerechnet, waren wir vergangenen Montag bei unserem Händler. Und haben erfahren, dass unser Malibu jetzt kommt. Ja, und er hat uns gleich zu Anfang dann erstmal die Hiobsbotschaften überbringen müssen, dass das Fahrzeug zwar fast so kommt, wie wir es bestellt haben, aber drei Dinge natürlich falsch sind. Und gravierende Dinge, wie die Heizung zum Beispiel. Wir haben uns extra für Malibu entschieden, weil Malibu die Dieselheizung liefern kann. Und jetzt kriegen wir nach anderthalb Jahren gesagt, ja, Edgy Badge ist nichts mit Dieselheizung, sondern ihr kriegt sogar nur die Gasheizung, und zwar die 4 Kombi. Also die Kombi 4. Für meines Erachtens ist die nicht für uns ausreichend wintertauglich genug, dass wir auch bei hohen Minus- oder bei tiefen Temperaturen, also bei hohen Minusgraden sozusagen, ja, campen können. Und dementsprechend fällt für uns dieses Fahrzeug komplett, ja, gar nicht, kommt es gar nicht in Frage. Also die anderen Sachen stimmen vielleicht, aber das ist das Gravierendste. Ja, was soll man sagen, wenn man so eine Nachricht kriegt? Man ist erstmal schockiert und fragt erstmal, wo passiert, also wie passiert das? Wo kommt der Fehler her? Was wir dann gemacht haben, ist auf jeden Fall mit unserem Händler gesprochen. Wie kann das passieren? Warum ist das passiert? Wir haben diverse Bestellungen durchgeguckt und so weiter und haben halt gesehen, dass wir das immer wieder richtig bestellt haben, von unserer Seite aus. Also das heißt, alle Konfigurationen waren alle mit Dieselheizung, also gar nicht verständlich, warum das passieren kann. Ja, auch daraufhin haben wir dann über uns überlegt, wir schreiben einfach mal eine E-Mail an Malibu und fragen die mal, dass die uns eine Stellungnahme dazu geben können. Aber wie das weitergeht, das erklärt euch jetzt der Marcel wieder. Stefan hat euch gesagt, wir haben dann tatsächlich eine Mail geschrieben an den Mitarbeiter, mit dem wir auch auf der Messe zu tun hatten, weil der uns eigentlich einen sehr freundlichen Eindruck vermittelt hat, dass der uns auch wirklich helfen will. Er hat die Hilfe angeboten und dementsprechend haben wir eine Mail geschrieben, haben auch drin gestanden, dass wir maßlos enttäuscht sind, weil das wirklich gravierende Dinge sind. Ihr kennt vielleicht das Video, was wir vorgestellt haben bezüglich unserer Entscheidung. Da wäre auf Platz 1 gewesen der Pössl Summit Prime 600, weil wir genau der wäre dann so gewesen. Das wäre eine Gasheizung gewesen, dann hätten wir das gemacht. Den haben wir gerade nicht genommen, weil Dieselheizung, das war das, was wir haben wollten. Ja, aber im Endeffekt mit den ganzen Laufereien hätten wir das schon längst machen können. Genau. Da hätten wir besser zur Konkurrenz gehen können. Genau. Das heißt, deshalb haben wir uns für Malibu entschieden und das ist wirklich ärgerlich und wir waren wirklich auch schlinksauer, weil wir am 5.9. haben wir die Konfigurationsdateien tatsächlich schon das erste Mal zu den Mitarbeitern geschickt, dass er darüber prüfen kann und etc. Im Endeffekt haben die uns jetzt tatsächlich auch geantwortet und diese Nachricht ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht jedes Endkunden. Im Endeffekt, der Händler ist schuld, der Händler ist schuld, der Händler ist schuld und ihr habt das alles missverstanden auf der Messe. So wollte ich euch gar nicht helfen. Wir wollten mal gucken, ob die Konfiguration so passt und wollten mit dem Händler dann sprechen. Ja, vielleicht ist das in dem Hause so, aber da kommt noch eine Story danach, die uns dann noch wütend ist. Und da macht eigentlich, weil wir seit Anfang Januar, seit Anfang Januar sind wir mit Malibu in Kontakt mit den ganzen Leuten, wegen Kompressorkühlschrank, das war eine Sache, weil wir nicht sagten, na jetzt ist der auch nicht dabei und 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 und. Und dann am Schluss nur noch zu sagen, ja der Händler ist an allen schuld und auf zwei wichtigen Fragen, wie zum Beispiel die Marke Malibu solche Vorfälle zukünftig vermeiden will und welche Maßnahmen sie zur Kundenzufriedenheit jetzt machen wollen. Also sie sollen uns jetzt hier keinen Gutschein schenken, das interessiert uns einen Scheiß, weil wir innerlich von Malibu abgeschlossen haben. Aber wie sie sowas machen wollen, weil das geht ja an euch, dass wir vielleicht die letzten Gelackmeierten sind und danach nur noch positive und strahlende Leute umherlaufen, ohne dass sie nach Schernobyl fahren müssen. Auf diese Fragen hat Malibu einfach keine Antwort und das ärgert uns en masse, weil wir haben uns von einem Premiumhersteller weitaus Besseres erwartet. Und ja, eine Sache, die ich glaube jetzt noch gleich erzählen möchte, ist, dazu werden wir mal kurz einen Cut machen, ist einfach die Tatsache, wir spielen jetzt das Spiel einfach durch. Unser Händler ist an allem schuld. Laut Malibu ist unser Händler an dieser Fehlkonfiguration schuld. Er hat irgendwie nicht das bestellt, was wir konfiguriert haben, sondern das, was dann im Endeffekt herausgekommen ist. Und ihr kennt ja schon die Story, Malibu und unser Händler haben die Wege sich getrennt. Und je nachdem, wen man fragt, gibt es unterschiedliche Äußerungen. Wir bleiben jetzt nur auf der Fahrt von Malibu, denn dort hat sich Malibu von den Händlern getrennt, weil sie nur Schwierigkeiten mit den Händlern haben. Sie haben nur Beschwerden, sie haben nur etc. über den Händler etc. Das waren die Aussagen, die man uns getätigt hat. Dann ist für uns wirklich die große Frage, wenn wir auf der Messe auf die Kollegen ansprechen und sagen, Leute, wir brauchen Hilfe, unser Händler kann uns keine Informationen liefern. Wir schicken die Konfigurationsdatei zu, wo alles drin zu sehen ist. Und dann kriegt man so eine Mail zurück. Da kann man eins nur sagen, Malibu interessiert sich einen Scheiß für den Endkunden. Die sagen, wir müssen uns an den Händler wenden. Das ist im Regelfall auch so. Kann man auch echt nicht sagen. Normalerweise wende man sich immer an den Händler. Aber die haben sich laut Malibu zerstritten. Die machen eine schlechte Qualität. Und wenn man das hört und man wendet sich dann aber an die Marke, weil hier steht überall Malibu dran. Da steht nirgends wo Autohaus XYZ. Da steht diese Marke dran. Und da frage ich mich ganz einfach, was glaubt ihr? Man hat doch dann dieses Gefühl, dass man von der Marke, von dem Hersteller wirklich in Stich gelassen wird. So ist das Gefühl. Und ich muss ehrlich sagen, nur das da hinzuschieben, obwohl man weiß, man hat mit dem Händler Probleme, sich nicht um den Endkunden zu kümmern. Dass sie sich nicht um 30.000 Endkunden kümmern können, das ist klar. Genau, das haben sie uns auch gesagt oder geschrieben, dass sie sich halt nicht um diese 30.000 Fahrzeuge oder was auch immer kümmern können. Das ist auch klar, das verstehe ich auch. Aber wenn man gerade mit dem einen Händler so ein Maläschen hat und so viele Probleme hat, dann muss man dafür sorgen, dass der Kunde auch zufrieden ist. Da nehme ich Malibu definitiv nicht mehr in Schutz. Weil Malibu hat da definitiv auch seinen Anteil dran, dass der Kunde auch zufrieden ist. Und ich habe ja nun sehr viel Kommunikation gelernt. Und da gibt es einen ganz klaren Spruch, es gibt kein Empfängerproblem. Es gibt ein Absenderproblem. Und wir beide sind am selben Tag rausgegangen. Und das haben wir ja auch in den Videos erzählt. Man hat uns weiß gemacht, man wird uns helfen. Man guckt sich das an und man prüft das nochmal. Das ist natürlich, dass in dem Hause dann ganz anders gemacht wird. Wir sprechen da mit dem Händler und sagen, am Schluss die Hiobsbotschaft musst du deinem Kunden selber sagen, weil du den Fehler gemacht hast, was wir nicht nachvollziehen können. Weil Malibu hält sich da auch sehr bedeckt. Es gibt natürlich keine Informationen raus, etc. So ungefähr, dass sie auch mal das klarstellen. Wir haben ihnen die Chance gegeben, das eindeutig klarzustellen mit einer Aussage. Der Händler ist an allem schuld und wir haben alles missverstanden. Das macht man sich sehr einfach. Das macht man sich wirklich einfach. Und es ist auch komisch, dass man uns benachrichtigt, dass das Fahrzeug jetzt bald dann in die Zulieferung kommt. Das ist auch sehr komisch. Warum benachrichtigt uns Malibu darüber und nicht der Händler, wenn sie denn aber eigentlich gar nicht mit dem Endkunden sprechen? Genau. Und wie das an dem Fahrzeug konfiguriert worden ist, wissen wir, weil uns derjenige Kollege ja gesagt hat, der hat den Kompressorkühlschrank, der war bei der Sache nicht dabei, also haben die es drauf gemacht. Und wenn man dann die Sachen durchliest und merkt, da sind ja noch mehr Sachen drauf und man lässt den Kunden so im Ring stehen und wir sind nicht die Einzigen. Das muss man einfach sagen. Definitiv nicht. Wir hören es oft genug. Anscheinend sind alle Händler bei Malibu schlecht, bis bei ein, zwei Ausnahmen. Genau, das ist es nämlich. Es betrifft nämlich nicht nur unseren Händler, sondern es betrifft auch sämtliche anderen Händler, die die gleichen Probleme haben. Und da frage ich mich, ob in den Abläufen von Malibu nicht grundsätzlich was falsch ist. Und da sollten die selber sich auch mal überlegen, das dementsprechend mal zu prüfen und gegebenenfalls mal zu verbessern. Weil das war unser Ansinnen, dass man sagen kann, ja, es gibt schwarze Schafe. Ob unser Händler dazugehört, das können wir einfach nicht beurteilen. Ob andere Händler dazugehören, die wir gelesen haben, das können wir auch nicht beurteilen. Aber wir wissen, es gibt nicht nur weiße Schafe, es gibt auch schwarze Schafe. Und da erwarte ich eigentlich von einem guten Hersteller, dass er dafür eine Lösung parat hat. Und zur Not eine Beschwerde-Hotline, dass man sagen kann, lieber Hersteller, du verkaufst an deine Händler so einen Blödsinn, weil wenn Garantieleistungen sind, etc., dann kommen wir auch da hin. Wir gehen auch den Hersteller gegebenenfalls. Oder zu einem anderen Händler, dass er das bitte machen soll. Und so weiter und so fort. Wenn man weiß, da sind schwarze Schafe, sollte man eine Abteilung haben, die sich darum kümmert, die auch wirklich pro dem Kunden ist. Aber das interessiert Malibu einen Scheiß. Weil wir kennen es von Hymer, wir kennen es von anderen Herstellern. Da wird mit dem Endkunden gesprochen, also nicht mit dem Endkunden direkt, sondern mit dem Händler. Und da wird direkt darauf geachtet, weil es passiert momentan vier Schwierigkeiten. Auch Malibu hat seine Schwierigkeiten. Das wollen wir nicht totschweigen. Es ist echt schwierig momentan, so ein Fahrzeug überhaupt zusammenzustellen. Und das kann man denen auch in Schutz nehmen. Und auch sie werden große Schwierigkeiten, weil Fiat nicht liefert und so weiter und so fort. Aber am Schluss eine Endkommunikation mit dem Kunden so zu machen, dass der Händler an einem schuld ist. Und ihr habt mich völlig missverstanden. Wir haben jetzt viel rumgemeckert. Oder ich habe jetzt viel rumgemeckert. Weil ihr könnt euch sicher sein, Stefan war jetzt auch schon oft genug. Der war schon so sauer und enttäuscht. Er hat das alles schon vorher vorausgelassen. Viele haben mir immer gefragt, wie könnt ihr nur so ruhig bleiben? Ja, irgendwann ist auch unser Geduldsfahren Zeug. Gerade wenn man den Leuten die Chance gibt, sich dazu zu äußern und dann solche pampige Antworten zurückbekommt. Das ist einfach unfassbar. Wir selber sind mit dem Produkt Malibu wirklich zufrieden. Wir kommen hier rein. Wir haben einen Wohlfühlfaktor etc. Das kann man nicht schlecht reden. Das ist wirklich eine Klasse für sich. Das ist auf jeden Fall für uns so. Das muss man dazu sagen. Aber wir haben es schon bei gewissen Händlern gemacht. Woanders, weil wir auch gefragt worden sind zu diesem Fahrzeug. Wir raten jedem momentan ab, einen Malibu zu bestellen. Das hat einfach die Gründe, die wir erfahren haben. Und natürlich muss man dazu sagen, Corona, Fiat kann nicht liefern etc. Es werden Sachen gelesen. Ich lese in Facebook-Gruppen, ihr kriegt euer Fahrzeug nächstes Jahr im März, April. Ich frage mich, wollen die einen verarschen? Neu bestellt auf einer Messe und die sollen das jetzt kriegen. Und dann ist noch die Frage, kriegt ihr auch das so, wie es bestellt ist? Denn es ist ja auch dann noch die Frage, ob gewisse Teile auch lieferbar sind. Das ist nämlich das zweite Problem. Das kann Malibu, wie viele andere Hersteller, aber andere Hersteller sind da weitaus offener und auch ehrlicher, das kann Malibu gar nicht versprechen. Weil sie es nicht wissen, weil wir wissen momentan, nicht mal Holz etc. wie gesagt, Fiat liefert keine Fahrzeuge usw. Und auch Preise steigen andauernd immer nur in die Höhe und schlussendlich wird das Fahrzeug vielleicht noch mal teurer, was ihr euch gar nicht erdacht habt, weil ihr vielleicht das übernächste Modelljahr bekommen habt. Genau, und das ist so schwierig und deshalb raten wir euch, wenn ihr bei einem Malibu-Händler seid und da stehen Malibus, setzt euch in die Fahrzeuge rein, guckt, was ist das? Passt es von euch? Sprecht dann mit dem Händler, falls ihr Unänderungen haben könnt, ob der Händler das machen kann und wenn der sagt, ja, unterschreibt das Ding, kauft euch ein Malibu, ihr werdet die lieben, das können wir sagen, wir lieben dieses Malibu wirklich, das ist echt toll und wir freuen uns auch auf unser Fahrzeug. Dazu erzählt euch aber Stefan gleich noch was. Aber bestellen würden wir euch nicht anraten, das ist aktuell viel zu gefährlich, viel zu riskant, weil ihr am Schluss eine große, ich weiß gar nicht, wie heißt es momentan, ihr könnt euch solche Surprise-Boxen beim Mediamarkt oder Saturn oder sonst irgendwas kaufen, genau sowas ist das. Das sind Überraschungsboxen, ihr wisst nicht, was am Schluss kommt. Wenn ihr einen auf dem Platz seht, der gefällt euch, kauft ihn, ihr werdet von der Qualität begeistert sein, aber wenn ihr bestellt, müsst ihr mit viel, viel rechnen und zwar auch mit Sachen, mit denen man gar nicht rechnen kann. Und jetzt kommt noch ein Endfazit, was mit unserem schwarzen Malibu passieren könnte, das erzählt euch Stefan noch und ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ja, drei Dinge sind natürlich falsch an unserem Fahrzeug, sonst sieht es gut aus, das ist natürlich sonst so gekommen, wie wir es auch bestellt hatten. Die Polster, beziehungsweise wir fangen mal mit dem Chassis an. Das Chassis kann man natürlich nicht umbauen in ein Heavy-Chassis, das ist natürlich klar. Wir werden mit dem Leit-Chassis dann leben müssen und werden wir auch machen. Natürlich sind andere Scharniere und beziehungsweise die ganze Aufhängung und so weiter ist natürlich anders. Andere Bremsen, die verschleißen natürlich schneller. Das ist dann halt so, das ist unser eigenes Risiko, was wir jetzt halt tragen müssen. Zu den Polstern muss man sagen, wir haben ja dieses aktuelle Fahrzeug hier und die Polster, die werden umgebaut, weil die anderen Polster uns überhaupt gar nicht gefallen. Da haben wir nämlich das London da drinne. Das ist natürlich auch Geschmackssache, aber für uns ist es einfach viel zu hell und wir finden es einfach viel zu empfindlich. Und auch vom Wohnlichen ist es halt einfach nicht unser Stil. Ja und zur Heizung, da werden jetzt gewisse Sachen geprüft, wie es Möglichkeiten gibt, was wir machen können. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem mit einer Kombi-4-Heizung Wintercamping zu machen. Für mich ist das ein großes Problem, aber da muss man einfach mal sehen, was kommen wird. Ja, unser Behändler, der bemüht sich da auf jeden Fall ziemlich dolle, jetzt den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber wie es dann im Endeffekt aussehen wird, ja, das mal später mehr. Ja, ein langes Video geht jetzt hier wieder zu Ende, aber wir mussten einfach mal wörtlich Tacheles reden, weil so enttäuscht, wie wir sind, kann man gar nicht... Hätten wir uns nicht erdacht, ne? Hätten wir uns nicht erdacht. Und wie gesagt, ich möchte auch nochmal hinwiesen, wir haben es ja extra gesagt, wir sind jetzt den Fall durchgegangen, dass unser Händler an allem schuld ist. Wir haben da eine andere Meinung zu. Wir wissen, dass unser Händler auch nicht der Engel auf Ehren ist. Den Händler möchte ich sehen, der es ist. Den kenne ich nämlich nicht, weil wir kennen aus dem eigenen, ihr kommt auch aus dem Handel. Wir sind alle keine Engel, aber... Und das wird auch mit anderen Händlern so sein. Genau. Aber so wie er dargestellt wird, mit dem wirklich, jetzt nicht mehr so schwarzes Schaf, Pechschwarzes Schaf, das möchten wir einfach nicht. Dafür sehen wir, er ist wirklich bemüht, uns am Schluss irgendwie zu einer Lösung zu helfen. Und das kann man leider, und das muss man sagen, vom Malibu nicht behaupten. Nochmal, wir sind mit dem Fahrzeug zufrieden. Wir mögen das Fahrzeug, möchten es auch nicht hergeben. Und wir freuen uns auch auf unser neues Fahrzeug. Auf unseren Schwatten. Genau. Aber sonst sind wir auch ehrlich froh, wenn wir einen ganz großen Haken dann an dieser ganzen Geschichte haben und wir uns damit nicht mehr befassen müssen. Das soll jetzt, wie gesagt, jetzt als Kurzabschluss, als Fazit gewesen sein. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu noch Fragen habt, ob ihr auch Probleme habt. Auch wenn es hart klingt, wenn ihr Kommentare schreibt, dass es jetzt alles unsachlich ist, etc., könnt ihr gerne runterschreiben. Es ist unsere Meinung, haben wir ganz am Anfang gesagt. Es ist unser Erlebnis. Und wir wissen auch, es gibt definitiv noch weitere Kunden und nicht nur bei dem Händler, sondern auch bei anderen Händlern. Und das ist dann schon sehr komisch. Das dürfte es nicht geben, wenn es immer nur unser Händler ist. Genau, und das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, das ist es jetzt so. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen danach, wenn ihr jetzt sagt, das war alles Kacke, Malibu ist Kacke, unser Händler ist Kacke, wir sind Kacke, und gebt uns einen Daumen runter. Es ist uns wirklich in dem Fall jetzt egal. Wir mussten das einfach rauslassen. Und weil, es geht dann an euch, achtet da drauf, was ihr momentan macht. Denn, vielleicht ist Malibu im Endeffekt nur der Anfang von einer großen Welle, die da noch kommen kann. Das ist nicht auszuschließen, weil wie gesagt, wir wissen, was gerade los ist. Also wir sind, wir machen unsere Augen nicht blind. Wir wissen, dass Corona ist, es ist alles ein bisschen Kacke. Aber es geht darum, wie behandelt man den Endkunden. Und da ist Malibu. Tut mir leid, sechs Sätzen hat leider die Klassenstufe nicht erreicht. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Wir freuen uns auf unser Schwatten. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video aus einem schwarzen Malibu auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020